Ups. Hallo. Hallo. Wir werden heute mal, ähm, was wollten wir eigentlich? Los, woanders und dann noch einen neuen Bauplatz suchen. Das war in einer ganz anderen Ecke. Einen großen Bauplatz. Einen großen Bauplatz. Ich muss nur den Geier nämlich mit. Der Geier gehört eigentlich da oben hin. Zu seinen Kumpels. So. Ja. Ich weiß. Bogren nehme ich mit. Denn wir wollen einfach mal woanders bauen. Zwar wollen wir was großes bauen. Riesengroßes. Ach, da oben bist du. Da fliege ich eigentlich in die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht. Wo wollen wir denn dahin? Wo willst du denn hin? Äh. Bist du doch, ne? Bist du jetzt über der Wüste? Ja. Hier sind noch zwei heranwachsende kleine Geier. Ach, du wirst den gelben Strahl haben. Das ist einmal Mami Level 112 und Manuela Level 23. Naja, ich glaube nicht, dass ich auf den gelben Strahl noch warte, oder? Oder eben mal das gleiche drin ist. Gut, ja, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Da hinten die Berge, da kommst du nicht hin. Da müssen wir schon in die ganz andere Richtung. Richtung weiße Säule. Äh, da in die blaue Säule. Da hinten müssen wir hin. Ja. Stimmt. Ich habe mir auch mal wieder in die Richtung verteilt. Hast ja recht. Also. Ich bin noch ein bisschen langsam. Kannst du noch was nehmen? Ja, sicher. Du bist nämlich viel schneller als ich und das geht nicht. Ja, ich habe den ja auch immer geskillt auf. Was ist das hier unten? So ein paar Raddingspumpfs. Ja, das liegt bei mir allerdings nicht am Skillen. Ich habe eine Geschwindigkeit jetzt von, was weiß ich, viel. Ja. Äh. Muss ich mal gucken. 142 habe ich. Ich habe einfach nur viele Sachen. Ja, da kannst du hier noch was rein tun. Noch so 100, 200? Ne, 200 nicht. Aber 100 kannst du auch rein tun. Kannst gerne noch Sachen rein tun. Ah, mehr. Was ist das denn? Kerze? Achso. Ja, das ist ja, da hier immer Stromausfall ist und dann geht der Vibrator nicht mehr. Jetzt hat sie eine Kerze mitgenommen. Pff. Du bist ein Ferkel. Er ist so ein Ferkel. Ja. Iiiiih. Ja, ja. Wo willst du jetzt wieder hin? Achso, er war ja richtig. Diesmal bin ich richtig. Wir wollen nämlich in der Nähe der Drachen wohnen. Der Drachen. Wir wollen da einmauern. Auf lange Sicht wollen wir uns ja so ein Drachen zähmen. Und wir wissen noch nicht wie, aber zu zweit. Wir wissen noch nicht wie, aber wir wollen, ja. Ja, ein Drachen zähmen, das geht ja nicht. Aber wir wollen Drachen einfangen wegen der Milch, der Drachenmilch und dann mal auf Eiersuche gehen. Da unsere Viecher aber noch nicht schnell genug sind, dachten wir, wir machen mal was anderes und bauen mal was richtig Großes. Ähm, der ist nicht schnell genug. Ich bin echt voll hier. Ich bin ganz langsam. Habe ich dich jetzt so voll gemacht? Oh, ja. Soll ich denn noch mal was abnehmen? Nee. Ich kann ja auch langsam fliegen. Was hast du denn alles reingetan? Steine? Die kann ich doch wegschmeißen, ne? Ja, schmeiß die weg. Ja. Geht auch nicht besser. Was hast du denn an Geschwindigkeit, der Vogel? Ich habe nur auf Geschwindigkeit gemacht. Ich habe jetzt 142,5. Ja, ich habe 157,5, aber trotzdem bist du schneller. Ja, das liegt aber jetzt im Gewicht. Ja, ja, das ist auch das Gewicht. Äh, was wollte ich sagen dazu, der ganzen Aktion? Ähm, ja, ich habe schon gelernt, halt eine Ballista und Kanone und so weiter. Also Kanone und Kanonenkugel, damit wir mal so einen Golem zähmen. Und, guck mal, jetzt überhole ich dich. Ich bin ja jetzt auch langsam geflogen. Weißt du, das ist kaum ein Unterschied, ne? Ich dachte, du bist doch immer noch schneller. Guck mal. Ja, aber du bist voll. Ja, stimmt. Ich habe da Steine weggeworfen. Das ist alles doch alles nicht wichtig hier. Es ist nicht alles Stein, was schwer ist. Was ist denn da alles drin? Also, hier neun Zaunfundamente. Der Brunnen wiegt alleine 45. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und, ja, kannst du mal da fliegen. Ja, ja, ich mach... Dein Vogel ist ja auch größer. Mein Vieh macht brrrrrr. Echt? Mein Mäuschen meldet sich. Ja, da gibt es einen Sandsturm. Ich habe ein Zelt mit. Ich habe auch ein Zelt mit. Aber wir können ja noch ein bisschen fliegen. Ja, genau. Das ist doch mal schnell aufgebaut. Wir sind ja gleich da. Denke ich mal. Ich würde dann gerne da auch... So groß ist das ja nicht. Ja? Ja, wir dürfen ja nicht zu nah an den Schlucht. Aber auch nicht zu weit. Sollen wir dann in die Wüste rein? Oder mehr Landesinnere? Nee, lieber wo ein Wasserloch ist. Bei der Wüste hast du dann Schlangen und die ganzen Mantisse. Das ist irgendwie nicht so schön. Vielleicht bei der Säule. Bei der großen da hinten. Nö, es ist zu weit. Schau mal, hier ist aber auch so eine gerade Kante. Ja, ne? Sicher auch gerade. Die ist interessant. Da ist der auf dem Bogen, auf dem Tor. Und hier ist ja auch... Das ist doch so ein Torbogen. Siehst du das genau vor dir? Ja, aber wenn du jetzt ein bisschen links guckst, über den weißen Strahl hinweg, da ist ja diese Brücke. Ja, das sehe ich noch nicht. Nein, du siehst da nur einen Weg zur Wüste rein. Ja, genau. Aber jetzt hier mal da drunter fliegen. Ah, Drache! Was, wo? Direkt da vorne. Da, wo du gerade hin wolltest. Ja. Ich... Geh mal hier runter. Äh, das ist ja scheiße. Da vorne ist gleich schon ein Drache. Das waren Grüne mit roten Flügeln. Äh... Ich bin jetzt hier unter der Unterführung. Ja, ich muss anhalten. Und ich habe gleich keine Puste mehr. Und ich bin ja nicht so schnell. Da war der Drache. Ja, ich sehe ihn. Echt? Oase. Ohaah. Ich fliege da einfach rüber. Ich fliege jetzt hier rüber. Ich gucke mich auch nicht um. Soll ich gucken? Ich traue mich auch nicht umzugucken. Ich fliege, 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 fliege. Ich hatte einen Level ab, das fliegt gut. Sag mal Bewegungstäck. 160%. Ja, eine Wasserstelle wird toll. Da zum Beispiel bei diesem kleinen Gebäude. Wenn da eine Wasserstelle wird, das wäre super. Kann man sich das schön einmauern und dann haben wir das. Aber hier ist natürlich keine. Scheiße. Und nicht dahinter? Wie haben die denn hier gewohnt, die Leute? Ja, vielleicht ist sie versandet oder so. Ja. Ich muss mal kurz pausieren. So. Sagen wir weiter da nach rechts rüber. Da hinten ist so Oase. Ja, dann lass mal da mal hin. Da meinst du. Ich weiß nicht, ob du die siehst. Ich sehe da ein bisschen was. Da ganz hinten. Nicht hier vorne, sondern da hinten. Da sind nämlich auch Bäume und so. Bist du bei mir? Ich bin über dir. Da bist du. Vorsicht hier. Mantisse. Mantisse. Krabbelkäfer. Würmer. Drachen. Das ist natürlich immer die Gefahr hierbei, dass hier mal Drachen rumfliegen könnten. Naja, das war ein Wurm. Aber die tun einem ja nichts. Die wollen ja auch nur spielen. Hier ist eine Wasserstelle. Oh ja, geil. Hier ist doch toll. Hier hat man doch alles. Hier bauen wir uns einfach dicht erst mal. Oder nicht? Gut, wir bauen hier ein Haus drüber. Ein kleines. Oder dran. Nicht drüber, sondern dran. Wieso dran? Kannst du doch drüber bauen. Also hier jetzt so erst mal den Zaun drumrum suchen. Ja. Irgendwie. Okay, dann bleiben wir erst. Sag mal, dann bauen wir dann, wo wir hergekommen sind. Da, wo es ein bisschen flacher ist. Schönes, großes Gebäude hin. Was hältst du davon? Ja, kann man gerne machen. Oh, da ist was. Da ist was für mich. Guck mal, mein verrottetes Fleisch. Komm. Hier ist auch noch genug verrottetes Fleisch. Hier sind wir nicht geil. Ja, das ist wirklich ganz schön. Oh, hier ist es aber auch ziemlich schräg. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Weißt du, was kriegen wir hier hin? Was kriegen wir hier hin? Brauchst du hier irgendwas? Oder du hast ja alles mit, ne? Ein Vogel ist alles bei dir. Naja, ich krieg das schon. Hilfe! Ich bin festgewummelt hier. Auf einem kleinen Stein. Oder so ein Geierfang. Männlicher, geiler Level 16. Na gut. Besser als nix. Hier habe ich Dächer, Säule. Deine Kerze. Hier ist ne Dings drin. Ein was? Ne, ne. Ah! Ne Mantis. Oh. Wo ist der denn da reingekommen? Au! Komm. Wo ist der denn? Der Maus. Der will hier rein. Hä? Der ist bewusstlos. Oh. Jetzt ist er weg. Hast du die Käfer da reingebracht? Ja. Ach so. Warum? Die brauchen wir nicht. Mach die weg. Die greifen einen an, wenn du da rangehst. Das ist doch total quatschig. Ich dachte, die tun nichts. Natürlich tun die was. Guck mal, was die einen angreifen. Bringt sie hier da auf den Beatles rein. Wollt sie hier auch noch Musik hören. Ähm. Das geht gar nicht. Aber Schittin haben wir jetzt. Ja, aber wie gesagt, lasst bloß die Käfer draußen da. Die haben hier nix drin zu suchen. Und ich möchte die Lola nicht auf dem Dach haben. Da komme ich nicht schnell genug ran. Folgeabstand. Ich habe meinen jetzt auf niedrig gemacht, den Vogel. Dann kann man den schneller, kann man besser aufspringen. Haben wir eigentlich Zeug für Betten zu machen? Ich weiß nicht. Fallen gelassen von Grieborg. Ich habe es doch nur fallen gelassen. Ich hätte jetzt gerne erstmal so ein Wasser anschließen. Ja, weiß ich nicht. Müssten wir vielleicht. Haben wir genug Leder haben? Mir fehlt Holz. Dann kann ich im Bett noch. Eben. Das habe ich auch da reingetan, oder du? Leder hast du, ne? Leder habe ich. Ich mache dann erstmal jetzt Bett. Was habe ich denn noch alles drin? Eines kann ich. Ich wollte doch... Ja, da wurde ich angegriffen. Steine. Das musst du bauen. Ich wollte dir ein Zelt reinstellen. Hast du das als Kind auch gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Drinnen gezeltet? Im Haus? Ja, nicht mit einem richtigen Zelt. Aber so... Wir hatten da ein Zelt aufgebaut. Ja, aber so ein Zelt gebaut. So mit Decken. So viel mehr. Nee, so ein richtiger Zelt. Nee, das hatte ich nicht gemacht. Das haben wir mal aufgebaut. Das war total lustig. Als Kind hatte ich nicht ein Zelt. Nicht? Nein. Oh, so ein Zelt haben. Vielleicht lag das daran, dass meine Eltern erstens nie Zelten waren und zum Zweiten, wir, als wir klein waren, keinen Garten hatten. Achso, ja, stimmt. Man hat ja nicht zwingend einen Garten. Ne? Ja, 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 ja. So, und jetzt gucke ich mal, was braucht man eigentlich? Wie soll das denn hier gehen? Ich schlafe da. Stein und Leder. Ich schlafe hier am Fenster. Ja, von mir aus. Dann kannst du an meinen Füßen riechen. Der Wurst hat doch so rum hingestellt. Nee, ist ja egal wie. Boah, so blöde Mantis wie hier, das finde ich nicht gut. Das ist aber ein bisschen was spannend hier, ne? Boah, jetzt habe ich so blöde Kettensäge hier in der Hand. Wo soll die rein? Ein Schrank oder ein Vogel? Gott, jetzt bin ich das blieb. Also ehrlich gesagt, wo du willst. Du könntest, wenn du Lust hast, noch mal ein bisschen was jagen gehen. Ich brauche noch Leder. Ja. Das kann ich machen. So, dann muss ich aber erst mal, das kommt da hin, das Zelt kommt da hin. Falsche, mache ich auch noch mit, aber der wie ich ja nichts mehr. Der war früher mal schwerer, ne? 10 Kilo, ne? Der wog mal 10, aber der will ich jetzt nur noch 3. Falsche, soll ja auch nichts wiegen. So. Du brauchst... Ich habe zwei Fackeln hier noch, solche Standfackeln. Ich bin gerade dabei, welche zu setzen. Echt? Du kannst hier auch mal gucken. Ja, da hast du schon. Da ist ein Keier. Heranwachsend. Sünde. Aber der fliegt. Davon abgesehen. Den kann man auch gut sehen hier. Der ist nämlich Level 88. Jetzt haben wir unsere eigene Oase. Ja, ne? Das finde ich ja mal nett. Warte, bitte. Das ist ja toll, wenn die sich verfangen hier. In den Zonen. Dann kann man die ganz toll ziehen. Ja. Die Jungtiere kann man besser ziehen. So fütternderweise. Ich gehe gleich Leder holen. Ich brauche Fleisch. Ja, ich habe jetzt hier gebastelt. Und ich baue... Ja, ja, mach mal. Ich gehe selber mal rumfliegen und gucken. Das ist ein Männchen. Aber Level 88 ist doch klasse. Hier kann man Sand sammeln. Da ist der... Da ist der... Das ist unser... Wüster... Ne, habe ich das doch jetzt gemacht. Wüster... Georg. Wollte mal meinen Helm. Damit er mich nicht leichter verreckt. So. Blödes Viech. Nein, nicht du. Wieso du? Ich gucke den an. Hallo. Ja, komm her, Frisbee. Das geht so alles nicht hier. So, jetzt kommst du her. Komm her. Na klar. Kannst du auf dem Dach landen. Wie wäre das? Lande mal auf dem Dach. Also landet ja nicht. Was für eine Aktion. Benutze. Benutze. Ich wollte die Fackeln setzen, ne? Ich habe schon ganz viele Fackeln überall hingesetzt. Ich kriege jetzt nur noch Schietin. Ich will Leder. Ihr habt kein Leder hier. So. Ich habe noch zwei aufs Dach gesetzt ans Ende, ne? Ja, das war gut. Dann gehe ich nochmal Leder holen. Ich mache jetzt mal auf dem Dach. Okay. Vielen Dank.